Ja, schönen guten Tag, willkommen auf meinem Kanal. Moin Moin, lieben Biker. Wir sind auf dem Weg zu Honda Brün in Melsum und haben heute eine Probefahrt mit der letzten CB1000R und zwar die normale Version, da freue ich mich drauf. Wir haben eine Probefahrt mit dem Micha.SC60 und lasst euch überraschen, wird eine geile Geschichte heute. Unterwegs sind wir heute in Melsum, in Raum Melsum und sind auch unterwegs Richtung Rothenburg. Lasst euch überraschen, wie gesagt, wird eine geile Geschichte, freue ich mich drauf. Melsum, in Melsum, in Melsum, in Melsum. Melsum, in Melsum, in Melsum, wir haben heute die db 1000 r zur probe fühlt sich gut an muss ich sagen gaszug ist ganz geil hat eigentlich ordentlich power sich echt geschmeidig an der sitz ist mega habe sie für eine knappe stunde und mal schauen was das ding heute herhält freue mich drauf so wir fahren richtung bebra heute da gibt es einen schönen fluss da will ich mir das mal anschauen sitzposition ist mega steht jetzt momentan auf standard modus wollte gerne in verschiedenen modis mal fahren lenkverhalten ist auch gut nochmal die spiegel einstellen wie gesagt micha ist heute mit dabei die fährt sich super weich gas kommt sofort ja was will man halt erwarten ist eine nagelneue maschine die hat ja kaum gelaufen also es sie fühlt sich wirklich wirklich gut an es macht richtig spaß auf ihr zu fahren noch mal geschafft und vom lenkverhalten ist sie natürlich mega so schaltet sich butterweich muss ein bisschen langsamer machen hier sind nagelneue reifen drauf wie gesagt hier sind die ist eigentlich eine nagelneue maschine und mit den reifen will ich halt ein bisschen vorsichtiger machen weil sie noch nicht eingefahren sind jetzt haben wir ein lkw vor uns aber wie gesagt vom lenkverhalten sehr sehr geil sehr sehr angenehm sitzposition ist schon sportlich aber nicht zu sportlich also sie gefällt mir eigentlich ganz gut vom also ich denke man wird nicht müde und du sitzt vor allem nicht im tank oder auf dem tank sondern du sitzt halt wirklich einigermaßen vor dem tank mit einer leichten neigung das display das ist einfach der wahnsinn aber was wir halt erwarten das display ist wirklich der wahnsinn und der gaszug der gaszug ist einfach nur mega also du merkst sofort wenn du ein bisschen an ziehst dass sie halt kommt hat jetzt kein windschild vorne da es die normale version ist das merkst du natürlich auch dass halt der wind bläst aber das ist halt natürlich beim naked bike vor allem das wetter ist heute auch nicht so schön und da merkst du halt den wind natürlich dass er halt rückt wie gesagt ich muss heute ein bisschen langsamer machen wegen den reifen weil die wirklich nagelneuch sind noch nicht mal richtig eingefahren aber ich würde gerne würde wirklich gerne mal den modi umstellen mal gucken wie das im race modus also es macht wirklich spaß die kommt halt und die kommt gut die kommt richtig richtig gut ja der auspuff gefällt mir natürlich nicht aber das ist ja logisch weil es ein standardauspuff ist und er öffnet auf einer bestimmten drehzahl also relativ hoch und ja er ist zwar leise und angenehm für lange touren aber ja aber halt so weiter geht es wir haben kurz mal getankt die maschine war leer und jetzt kann man ein bisschen ein bisschen spaß haben also eine die maschine die noch drankommen würde das wir glaube ich jetzt hat 1000 r vom gefühl also das ist meine persönliche meinung die ich halt vertrete wie gesagt ist halt mega die 40 gut die fährt gut die stabil das geile ist halt bei der honda das habe ich ja schon so oft gehabt man setzt sich auf eine honda und man fühlt sich einfach direkt wohl man fühlt sich wirklich direkt wohl als ob man wirklich ewig lang gefahren ist schon mit der maschine und das ist halt das geile man also ich weiß nicht du setzt sich drauf und fühlt sich wohl als ob es deine eigene maschine ist und das ist halt so geil und schon mega und wie gesagt vom fahr feeling her ist hier halt echt geil und die zieht und die ballert die ballert das ist der wahnsinn die ballert die ballert einfach das ist also unnormal geil un-no-mal-geil hat eine gute motorbremse so jetzt muss ich mal warten michael ist da ich habe ihn verloren gehabt in michael und gesagt wo ist er denn also wie gesagt du du fährst wirklich wirklich gut das kann ich hier leider nicht überholen aber vom fahrgefühl her ist wirklich wirklich händisch sie ist wirklich händisch und die kommt auch die macht auch laut die ist also gefallen tut sie mir wirklich so und dann kommen wir gleich mal das halten wir gleich mal an und dann zeige ich euch mal die maschine und dann kommen wir gleich mal an und dann zusammen und dann kommen wir gleich mal an und dann mit dem Untertitelung des ZDF, 2020 Also wir machen einen kleinen Stopp und zwar wir sind hier in Rothenburg an der Fulda und bin heute unterwegs wie gesagt mit der CB1000R, das ist die normale Version Und ich zeige euch jetzt noch ein paar Bildchen davon und gehe nochmal drauf ein auf die technischen Daten Also das hier ist Rothenburg Hier ist das Bike und zwar wir haben hier eine CB1000R, Motor ist flüssig gekühlt, 4 Zylinder, 4 Taktreinmotor, das heißt 4 Ventile pro Zylinder Hubraum haben wir hier 998 bei einer Gesamtleistung von 145 PS Maximale Drehmoment haben wir hier 104 bei 8250 Nm pro Minute Das Fahrwerk ist ein Rückgratrahmen aus Stahl Gewicht vollgetankt haben wir 214 Kilo Das ist eigentlich schon recht viel Tankvolumen haben wir 16 Liter Meiner Meinung nach ist das ausreichend Und die Höchstgeschwindigkeit ist eingetragen mit 230 kmh Verbrauch ist hier gelistet mit 5,3 Liter Und der Preis ist natürlich die normale Der Preis beträgt knapp 13.000 bei der normalen Version Und bei einer Plus, da haben wir noch eine Variante mit Quickshifter und Clibber Und mit einer Sozius Abdeckung plus einem anderen Auspuff Liegen wir ungefähr bei einer Variante plus bei 14,5 Geht, muss ich sagen Wie gesagt, für die Maschine, die fährt sich echt mega super Ich bin eigentlich sehr zufrieden Ich bin eigentlich sehr zufrieden Ich bin eigentlich sehr zufrieden Ich bin einfach sehr zufrieden biker freunde und zwar die honda probefahrt ist so weit vorbei es hat jetzt angefangen auch zu regnen war eine geile geschichte heute und zwar wir sind ja wie gesagt die cb 1000 gefahren die hat mir richtig richtig viel spaß gemacht und jetzt überlege ich halt was wir da jetzt machen die leute bei honda super nett super freundlich coole location viele viele motorräder muss ich sagen egal ob sportler naked bike 125er stehen hier stehen auch richtung shopper da steht crossgeräte da also es ist wirklich wirklich an auswahl sehr sehr viel wie gesagt wie gesagt die lokation ist voll mit motorrädern das beratungsgespräch und der verleih lief einfach reibungslos also daumen hoch muss ich sagen und wie gesagt die probefahrt an sich war mega wir haben gutes wetter gehabt es hat alles super gepasst also wenn euch das video gefallen hat dann lasst einen daumen da abonniert den kanal wie gesagt ich bin immer noch auf der suche nach einem schönen motorrad was mir persönlich spaß macht das war eins natürlich von den motorrädern die ich gerne fahren möchte das muss überraschen schauen wir mal also leute bis dann tschüss